Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Shadow. Nachdem wir ja das letzte Mal diese Mission hier, die Eisfalle... War das die Eisfalle? Ja, es war die Eisfalle. Die haben wir ja total verbockt. Aber da hatte ich mir schon eine neue Taktik überlegt. Ich weiß bloß nicht, ob die auf diese Riesen auch wirkt. Aber ich fange jetzt mal mit dieser anderen Mission an, um da auch nochmal zu versagen. Beziehungsweise das erste Mal. Auch wieder sechs Sammlerplätze. Und ein Schneesturm. Na herrlich. Na, jetzt setzt's endlich. So, wo haben wir den Fresser? Ja, 120 dafür. Ach du Gott. Manche sind unverdaulich. Heißt das jetzt, die werden nicht hier fressen? Oder die Einheit wird danach zerstört? Hm, ich hab schon ein sehr ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Zwei setz' ich da noch auf diese Leuchtdinger hin und dann war's das erst mal. Wären die bloß nicht so teuer. Ich dachte, die wären wenigstens günstiger. Aber das ist natürlich ganz schön doll. Läuft der nicht so pralle. Okay, Luftballons. Kommt, helft mir. Und noch ein Vortex. Warum nicht? Wir haben noch nicht ganz so viel zu tun. Hm, aus der Ecke kommen sie jetzt auch schon an. Sehr herrlich. Wird dir überhaupt nicht schwer. Doofa Raben jetzt auch noch. Oh, ich dachte schon, der nächste ist durch. Wir hatten aber noch mal Schwägen gehabt. Vielleicht sollte ich jetzt langsam mal upgraden hier. Oh, das Upgrade kostet jetzt weniger. Stimmt ja. Cool. Coole Sache, das. Ah, wieder einer durch. Bis jetzt ist es eine ganz gemächtliche Runde. Aber ich glaube, das wird sich sehr schnell noch ändern. Oh nein. Zum Beispiel jetzt. Und wieder einer durch. Und wieder einer durch. Oh ne, explodierer auch noch, ey. Vier Vortexe, das ist natürlich heftig. 豪, ist nicht so. Da episodes Привет? Bist wieder einer durch. Oh ne, genau. Wo geht's denn? Oh ne, hast du das? Ich verstehe. Ich versteheệu euch quiserst. Ich weiß gar nicht, wo ich mich als erstes hinbauen soll. Die kommen überall lang. Ich habe das Gefühl, die werden hier gar nicht angegriffen, die hier lang kommen. Nur von unseren Schnappern da. So, jetzt habe ich mich bis zum Vortex an dieser Seite jedenfalls gebaut. Ich glaube, die Seite sollte ich auch nochmal eine Runde sichern. Oh, sind das irgendwelche Schädlinge? Äh, äh. Äh, äh. Okay, das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Gegen die habe ich, naja, keine Abwehr. Und wieder einer durch. Oh man. Den habe ich sehr ungünstig platziert, merke ich gerade. Ach, verdammt. Und wieder einer durch. Oh, nicht gut. Nicht gut. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. So, da brauchen wir auf jeden Fall auch noch welche. Auch wenn der jetzt zu spät sein wird. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir irgendwo irgendwelche Heilungskräfte? Nee. Nicht wirklich. Ich würde gerne meine Erinnerung in ein paar Liebenseinheiten wiedergeben. Oh Gott. Ähm. Ich glaube, das wäre jetzt ganz sinnvoll. Irgendwas ist denn das? Äh, nee. Opfer. Und deswegen brauche ich auch unbedingt den Doktor. Damit ich dieses Opfer nochmal einsetzen kann. Oh Gott. Und wieder einer durch. Äh, ärgerlich. Ä-r-ger-lich. Ä-r-ger-lich. Am besten hier auch noch. Oh, das wird wieder eine knappe Sache. Oh, das wird wieder eine knappe Sache. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich sollte das jetzt nochmal machen. Oh man. Wie viele Einheiten hier aber auch schon rumstehen. Meine Fresse. Wahnsinn. Oh. 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 Oh man. Das sind Riesenklops auch noch. Oh. 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 Einer ist down Oh, ich glaube der andere ist durchgekommen Oh, yes, 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 geil, geil, geil Knappe Sache Yeah Albtro-Modus freigeschaltet Und ein Upgrade Jetzt ist die Frage Bevor wir diese schwierige Mission haben Bepepep Kaut 8 Sekunden Und wie lange kaut der hier? 10 Sekunden Das machen wir jetzt einfach mal So, dann ist das jetzt wirklich die letzte Mission Erstmal, oh Gott, hoffentlich schaffen wir das In der nächsten Folge Spitze bedanke mich, bis dann